Am Powerlab wurde die Zukunft gezeigt. Die Studierenden der höheren Fachschule HF arbeiten während des dreijährigen berufsbegleitenden Studiums in ihrem Beruf, so dass das Gelernt-App unmittelbar in der Praxis zur Anwendung kommen kann. Ihre Spezialisierung, kombiniert mit Alltagserprobter Erfahrung, macht diplomierte Technikerinnen und Techniker HF zu gefragten Fach- und Führungskräften. Am diesjährigen Powerlab, dem Tag der offenen Tür, präsentierten die Absolventen der HF ICT ihre ambitionierten Projekte einem interessierten Publikum. Die Präsentationen waren teilweise so gefragt, dass man an einzelnen Ständen anstehen müsste. Diplomierte Technikerinnen und Techniker HF Informatik lassen sich in der Applikations- und Datenbankentwicklung, im Design von Oberflächen und Weblösungen, in der Realisierung komplexer Computernetzwerke, sowie in der Systemintegration und im Support einsetzen. Die fundierte und breite Ausbildung ist ein karrieresicherer Berufsgarant. Auch ihre Zukunft kann mit der HF ICT beginnen. Die Präsentationen, ich finde es super, was du blästst. Also ich habe nicht gewusst, dass das so grossartige Sachen gibt. Die Präsentationenor interpreten sie auch nicht aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017